Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal der Bitcoin steht über 23.000 US-Dollar Neues hoch ist aktuell bei 23.800 US-Dollar Nach dem Ausbruch von gestern über die 20.000 US-Dollar also nochmal ordentlich zugelegt Und jetzt stellt sich natürlich die Frage bzw. die kommt sehr oft auf jetzt Wo geht denn die Reise hin? Landen wir bei 25.000 US-Dollar oder sogar bei 30 oder noch höher Und es gibt natürlich jetzt wieder sehr viele Mondprognosen Und aus diesem Grund möchte ich in diesem Video das Ganze aus einer anderen Perspektive für euch beleuchten Den Positiv Feedback Loop uns mal anschauen Und wir werden uns auch noch ein bärisches Szenario anschauen Was auch noch sehr interessant sein könnte Es könnte ja natürlich auch sein, dass wir wieder hier weiter korrigieren Das ist natürlich nicht ausgeschlossen Deswegen die Perspektive auf beiden Seiten natürlich immer offen halten Falls dir das Video gefällt, dann lass gerne einen Daumen nach oben da Falls dir das Video nicht gefällt, dann behalt es für dich Und jetzt viel Spaß mit dem Video Starten wir wie immer mit unserer Marktübersicht Marktkapitalisierung heute 666 Milliarden US-Dollar 11,6% im Plus in den letzten 24 Stunden Die Bitcoin-Dominanz nochmal ein Stückchen gestiegen Um ein Prozentpunkt Weil der Bitcoin die breite Masse an Altcoins hier aktuell outperformt Auch wenn einige Altcoins hier mithalten können Unter anderem hier Ripple und Litecoin Der Bitcoin hat sogar in den letzten 30 Stunden zwischenzeitlich fast 25% zugelegt Also es ist auf jeden Fall ein denkbarer Tag Vor allem gestern gewesen Ich glaube der zweitgrößte oder zweitstärkste Tag Der überhaupt bei der Bitcoin-Geschichte in absoluten Zahlen hier vorherrschte Und das gleichzeitig mit dem psychologischen Widerstand Der rausgenommen wurde mit den 20.000 US-Dollar Aber darüber werden wir gleich noch im Detail sprechen Und dann kommen wir zum täglichen Stimmungsbarometer Heute war die Frage, die ich in der Telegram-Gruppe gestellt habe Ob wir bis zum Ende der Woche nochmal unter die 20.000 US-Dollar fallen werden Das ist auf jeden Fall sehr spannend Immer was die Community darüber denkt Heute war es der Fall, dass 55% der Meinung sind Dass wir nicht bis zum Ende der Woche unter die 20.000 US-Dollar fallen werden Aber wer kann es ihnen auch schon verübeln Die Stimmung ist aktuell sehr gut Und der Ausbruch war erst gestern Aber wir werden uns natürlich mal anschauen, wo der Kurs dann Sonntag auf Montag in der Nacht um 1 Uhr steht Falls du auch an diesen Telegram-Umfragen teilnehmen möchtest Kannst du einfach in die Gruppe reinkommen Links dazu in der Videobeschreibung Bevor wir zum positiven Teil des Videos kommen Schauen wir erstmal das bärische Szenario an Was auf jeden Fall auch möglich ist Und was wir auch in der Vergangenheit mal gesehen haben Und zwar als das All-Time-High Das frühere All-Time-High von 1.200 Dollar In etwa 1.150 Dollar Da 2017, Anfang 2017 hier durchbrochen wurde Und dort haben wir eine ähnliche Entwicklung gesehen Wie wir es aktuell in diesem Jahr sehen Wir haben es kurz getestet gehabt Das ist diese pinke Linie hier getestet Nicht geschafft, dann korrigiert Und dann drüber gekommen Wir können uns ganz genau anschauen Wie die Entwicklung damals war Wir sind nach dem Ausbruch hier um fast 17% gestiegen Ein, zwei Wochen sind wir drüber geblieben Und danach kam die große Korrektur Und die hatte es in sich mit 33% bzw. 34% Also 17% vom Allzeithoch hochgegangen Und dann kam die Korrektur Und dann wenn man rauszoomt Dann fängt erst sozusagen der Bullenmarkt richtig an Dann wird es nochmal richtig parabolisch Und das ist natürlich eine Möglichkeit Die immer noch so stattfinden kann Natürlich kann so eine große Korrektur immer noch stattfinden Vor allem dann, wenn die größeren Player auf dem Markt Irgendwann anfangen Dann auch mal im großen Stil Gewinne mitzunehmen In unserer jetzigen Situation Würde das eine Entwicklung bedeuten Von dem alten Allzeithoch hier 17% Wären wir sozusagen schon drüber Wir sind hier schon insgesamt 20% drüber gewesen Aber das was wichtig ist Ist ja die Korrektur nach unten Irgendwann wird natürlich dann die Korrektur kommen Wann die kommen wird Und wie hoch die sein wird Kann natürlich keiner genau voraussagen Aber dieses Szenario sollten wir auf jeden Fall im Blick halten 33% beim letzten Mal ging es runter Und das würde bedeuten, dass wir hier Beziehungsweise 34% haben wir gerade gesagt Das würde bedeuten, dass wir hier bei 15.500 Dollar landen würden Und das wäre natürlich immer in dem Moment ein bisschen schade Und die Stimmung würde sehr schnell umschlagen Das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen Die Leute, die jetzt sich in den Hintern beißen und sagen Hätte ich mal mehr gekauft Werden dann nämlich nicht mehr nachkaufen Weil sie dann Angst kriegen werden Aber so eine Entwicklung können wir auf jeden Fall sehen Falls sowas dann vonstatten geht Habt bitte im Blick, dass wir in der Vergangenheit Solche Entwicklungen auch gesehen haben Und dass das auch zu einem normalen Marktverhalten gehört Dass vor allem nach so großen Anstiegen Dann auch irgendwann eine große Korrektur kommen muss Kommen wir jetzt zu den positiven Faktoren Wir können natürlich uns das Stock-to-Flow-Modell Mal einmal nochmal anschauen Darüber spreche ich auch schon seit über einem Jahr Und was sehr interessant ist Wir halten uns hier weiterhin an dem Stock-to-Flow Mit dem 463er Durchschnitt Das hatte ich euch sogar damals noch im Halving gesagt Und da haben wir noch darüber gesprochen Da kam ja die Frage Wann siehst du ein neues Allzeithoch Und dann habe ich immer auf dieses Modell hier referiert Weil im Endeffekt keiner das genau sagen kann Und im Endeffekt jemand so ein Modell hier ranziehen kann Und damit arbeiten kann Eine Sicherheit gibt es natürlich nicht Aber es ist trotzdem sehr interessant Dass wir wieder genau beim Stock-to-Flow sind Der sagt nämlich aktuell 23.480 Dollar aus Und das ist aktuell der Kurs, den wir haben Also passt sich der Kurs hier dem Stock-to-Flow-Modell an weiterhin Und das würde bedeuten Dass wir irgendwann dann auch die 100.000 sehen Aber wie gesagt Diese Garantie Dass sich das auch in Zukunft hier dran halten wird Die gibt es nicht Deswegen vorsichtig sein Auch wenn es in der Vergangenheit immer wieder Hier sich dran orientiert hat Bedeutet das nicht Dass wir auch in Zukunft hier uns dran halten werden Aber ich finde so ein kurzes Update Weil es halt auch so gut passt Ist auf jeden Fall sehr interessant Dann kommen wir zum Positive Feedback Loop Das habe ich euch auch schon in den letzten Monaten Immer wieder gesagt Dass wir, wenn wir die 20.000 US-Dollar durchbrechen werden Eine neue Dynamik entstehen wird Vor allem bei den Leuten Die noch nicht hier am Bitcoin-Markt teilnehmen Wird die Aufmerksamkeit dann sehr schnell sehr hoch sein Und das sehen wir Diese Theorie kann man auf sehr viele Bereiche anwenden Auf die Biologie, auf die Psychologie Egal wo ihr das anwenden wollt Und das kann man natürlich auch sehr gut Beim Bitcoin-Preis aktuell machen Wir sehen hier, dass der Bitcoin-Preis steigt Die Volatilität geht hoch Dass die Volatilität hoch ist Ist auf der einen Seite ein bisschen negativ Da man nicht so gut planen kann Aber das zieht immer Aufmerksamkeit auf sich Und wir sehen hier diese Aufmerksamkeit Und das führt dazu Dass mehr Nachfrage entsteht Durch große Unternehmen Durch institutionelle Anleger Aber auch durch Kleinanleger Der Punkt, wo wir gerade stehen mit dem Kurs Ist ehrlich gesagt ja keine große Überraschung Wenn man sich die Entwicklung der letzten Monate Oder des letzten Jahres einfach mal sich anschaut Mit dem institutionellen Interesse Mit dem Halving Wodurch die Inflation halbiert wurde Also über diese ganzen fundamentalen Sachen Haben wir sehr sehr lange drüber gesprochen Und jetzt sehen wir im Endeffekt Die Auswirkungen davon Und zusätzlich sehen wir jetzt hier noch So ein Positiv-Feedback-Loop Wo der aufsteigende Preis Sozusagen dafür sorgt Dass noch mehr Nachfrage entsteht Und dadurch ist natürlich alles aktuell möglich Wir könnten in drei Tagen bei 30.000 US-Dollar stehen Hypothetisch gesehen jetzt Also keine Kursprognose Aber wir können da stehen Und es würde im Endeffekt keinen überraschen Seien wir mal ehrlich Wenn wir in fünf Tagen bei 30.000 stehen Wird es keinen überraschen Wenn wir aber auch bei 18.000 stehen Wird es auch keinen überraschen Wir sind aktuell an so einem Punkt Wo wirklich alles passieren kann Und Kursprognosen rauszugeben Ist aktuell wirklich schwierig Weil wir in Bereichen sind Wo wir nie getradet haben Und das habe ich ja gestern auch im Livestream schon so gesagt Und deswegen kann man aber diese Entwicklung sich anschauen Man sieht es hier zum Beispiel auch auf Twitter Coindesk hat es hier zum Beispiel gepostet Wir hatten das Halving Wir hatten schon das neue Allzeithoch Aber jetzt wo die 20.000 US-Dollar durchbrochen worden sind Haben wir jetzt zum Beispiel Einen täglichen Zuwachs hier von Tweets über Bitcoin Wie Januar 2018 Fast doppelt so viel hier Wie beim Allzeithoch Oder wie beim Halving Beim Halving war es noch weniger Obwohl sehr viele neue Leute In dem Markt geströmt sind Aber diese psychologische Grenze Von 20.000 US-Dollar Sorgt dafür Dass Leute Die sich nicht mit Bitcoin beschäftigen Jetzt die Aufmerksamkeit dazu gelenkt wird Weil im Endeffekt Für die war immer im Kopf 20.000 US-Dollar Hat schon mal der Bitcoin erreicht Und alles was drunter ist Ist im Endeffekt schlecht Die kriegen das gar nicht so mit Ob der bei 8.000 Oder bei 11.000 Oder bei 14.000 Dollar war Aber was sie mitkriegen ist Wenn ein neues Allzeithoch erreicht worden ist Und so wie die breite Masse dann agiert Laufen sie dann hinterher Und dadurch entsteht dann diese neue Nachfrage Und aus diesem Grund Ist wirklich alles möglich Abschließend wird es auch noch spannend Natürlich zu sehen sein Ob die Google Trends hier auch zum Beispiel nachziehen Ich glaube nicht Dass das hier real in Echtzeit Hier dargestellt wird Ich kann mir schon vorstellen Dass wir hier ein bisschen höher schon wieder sind Allein durch den Tag von gestern Aber bis hier zum Retail Hype Was wir Ende 2017 hatten Ist immer noch ein großes Stück hin Aber meiner Meinung nach Kann das sehr sehr schnell gehen Wenn ihr euch auch überlegt Wie das 2017 dann in die Höhe geschossen ist Diese Dynamik Die wir uns gerade angeschaut haben Mit dem Positive Feedback Loop Kann dann auch sich natürlich Dann hier auf den Google Trends Dann auch wieder spiegeln Das werden wir natürlich auf dem Schirm behalten Und uns auch anschauen Und in den nächsten Videos dann auch besprechen Ja das war der Content für heute Ich hoffe es hat dir gefallen Und konntet ihr weiterhelfen Falls ja Lass doch gerne einen Daumen nach oben da Und schreib einen Kommentar Mit deiner Meinung zu den Themen Das hilft für den YouTube Algorithmus Und hoffentlich sehen wir uns in der Telegram Gruppe Da können wir uns noch besser austauschen Ansonsten sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder Ciao, ciao